Mein Name ist Alexander Pilljuk. Ich bin 17 Jahre alt und begleite hier den Chor Klingenthal. Ich spiele da Akkordeon und Saxophon. Meine Mama hat mich mal gefragt, ob ich mal Lust hätte, in einem Chor mit zu spielen. Und ich sagte ja, das war vor viereinhalb Jahren. Ich bin der einzige Musikalische in der Familie. Mein Wunsch ist, wie soll man sagen, Saxophonist, weil ich das Instrument einfach total gern spiele und mit vielen Sinfonieorchestern auftreten zu können. Also blind bin ich eigentlich seit meiner Geburt. Und zum Gehör ist es so, dass ich mir die Sachen beim Musikspielen anhöre. Und dann probiere ich es zu spielen und wenn ich es mir nochmal angehört habe oder nochmal. Also nach zwei oder drei Mal kann ich es schon komplett auswendig. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020